Tritt ein in die Atmosphäre mit mir. Im letzten Jahr habe ich rustikale Filzhäuser inspiriert von Lebkuchen gemacht. Die Sterne und die Tischdecke folgten demselben Konzept. Die Entwicklung ist ständig im Gange und dieses Jahr werde ich die Umgebung noch gemütlicher gestalten. Mach dich bereit, von einer Landschaft verzaubert zu werden, die mein Fenster füllen wird. Die erste Ebene, näher beim Betrachter, wird schwerere Töne haben und die Details werden sichtbarer sein. Die zweite Ebene, mittlere, wird die dominierende Ebene sein, auf der sich mein Brennpunkt befindet und daher werde ich ihr mehr Aufmerksamkeit schenken. Die dritte Ebene, im Hintergrund, wird hellere Töne haben. Es wird die Ebene des Himmels und der Wolken sein. Glaub mir, du wirst von der kreativen Reise und den Ideen, die unterwegs entstehen, überrascht sein. Jede Ebene ist ein Stück eines Puzzles, das perfekt in diese Traumlandschaft passt. Jeder erstellte Teil wird ein Sieg sein, ein Schritt näher daran, die Vision, die ich im Kopf habe, zum Leben zu erwecken. Ich möchte, dass diese Reise dich dazu inspiriert, dein eigenes Projekt zu erstellen, aber auch zeigen, dass Kreativität eine dynamische Reise ist. Ich möchte zeigen, dass Patchwork viel mehr ist als das Zusammennähen von Stoffstücken. Es ist eine kreative Reise, die die Wahl von Farben und Mustern beinhaltet und die Möglichkeit bietet, Persönlichkeit auszudrücken. Also, begleite mich auf diesem Abenteuer und sieh, wie die Fantasieform annimmt. Teile, kommentiere deine Ideen und abonniere den Kanal, um kein Detail dieser einzigartigen Kreation zu verpassen.